Diese Lektion beschäftigt sich mit der Frage der Teilhabe im digitalen Raum und dabei klären wir Begriffe wie zum Beispiel den Digital Divide, digitale Inklusion und Intersektionalität. In weiterer Folge werden Sie aus der Perspektive verschiedener Vortragender hören, welche Prozesse und welche zwischenmenschlichen Differenzverhältnisse diese Teilhabe im digitalen Raum beeinflussen. Im ersten Video dieser Lektion geht es darum, was heute die digitale Gesellschaft beschreibt und ausmacht. Der Vortragende, Professor Armin Nasehi, er wird auch von Professor Forgot zitiert, ist Soziologe an der LMU München. Sein Vortrag trägt den Originaltitel, für welches Problem ist die Digitalisierung eine Lösung. Er wurde im Rahmen der Vortragsreihe Making Sense of the Digital Society des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft in Berlin aufgezeichnet. Was ist denn Digitaltechnik überhaupt? Oder etwas allgemeiner gefragt, wie definiert sich Technik aus soziologischer Sicht? Professor Nasehi nennt hier einige Begriffe, Vernetzung, Kompatibilität und Konnektivität als definierende Merkmale einer digitalen Gesellschaft. Er schließt damit, dass die ganz spannenden Fragen erst dann auftauchen, wenn die Technik wirklich selbst handelt. So wie das zum Beispiel beim autonomen Fahren der Fall ist. Eins. Mich interessiert jetzt das technische Substrat, nämlich die Frage, was denn eigentlich Digitaltechnik Technik ist. Und für den Soziologen, der ja kein Informatiker, kein Mathematiker, kein Techniker ist, fällt zunächst einmal eine interessante Unterscheidung auf, die vielleicht erwartbar ist, wenn man ein Soziologe des Typs ist wie ich, nämlich die Unterscheidung von Medium und Form. Aber es ist nicht so die Unterscheidung von Medium und Form, sondern es ist die Unterscheidung eines einfachen Mediums, das komplexe Formen ermöglicht. Man kann tatsächlich sagen, dass es wohl niemals eine Technik gegeben hat, die so simpel war wie die Digitaltechnik. Das hört sich total doof an, das zu sagen, weil wir es ja mit Anlagen, mit Formen zu tun haben, die eine nie geahnte Komplexität erreicht haben, die eine nie geahnte Potenz erreicht haben und die Wachstumsraten hat, die kaum jemals vorhersagbar waren. Kann man trotzdem behaupten, die Technik selbst ist unfassbar simpel. Sie ist deshalb simpel, weil sie ihr eigenes Substrat, ihre eigene Basis für Information binär kodiert, technisch in unterschiedlichen Spannungszuständen und daraus aus dieser einfachen Form, die allen digitalen Technologien als Grundlage dient, komplexe Formen ermöglicht. Es ist sehr interessant zu sehen, dass letztlich die gleiche mediale Form dazu verwendet werden kann, die Energiesysteme eines ganzen Landes zu organisieren, Raumfahrttechnik zu programmieren, weltweite Formen der Selbstbeobachtung der Gesellschaft. Wenn Sie etwa an die Frage des Klimawandels denken, werden wir mit dieser Selbstbeobachtung immer stärker zu tun haben, zu organisieren, aber gleichzeitig auch mit dem ähnlichen Substrat elektrische Kinderspielzeuge, Zahnbürsten und weiß der Henker was. Alles. Das Substrat ist dasselbe. Die Form ist unendlich komplex. Das hört sich vielleicht banal an, aber das ist nicht banal, weil das die Basis genau dafür ist, dass diese Technik überall eindringen kann. Es gibt einen historischen Präzedenzfall, das ist die Schrift. Die Schrift ist ähnlich gewesen. Die Schrift ist nicht ganz so einfach, was das Medium angeht. Wir haben 26 Buchstaben, wenn wir Groß- und Kleinschreibung dazu nehmen, 52, die unendlich rekombiniert werden können. Unendlich rekombiniert werden können heißt, aus einem Satz folgt nicht automatisch der nächste. Das ist das Spannende an der Schrift. Alles kann über die Schrift verschriftlicht werden und dann leben wir in einer verschriftlichten Welt. Sie kennen vielleicht die Diskurse, die gerade in der Schriftphilosophie, im Poststrukturalismus etwa diskutiert werden, bei der es um die Frage geht, ob die Schrift nicht selber die Welt wird, über die sie da etwas sagt. Und sowas ähnliches gilt in noch radikalerer Art und Weise für die Datentechnik. Die Datentechnik ist Selbstreferenz pur, denn die Daten können nur in Form von Daten aus den Daten ausbrechen. Also das kann alles analoge Folgen haben. Ja, sie können mit Datentechnik eine Bombe zünden. Und die Bombe besteht nicht aus Daten, sondern aus Explosivem. Aber das sind dann keine Daten mehr. Die Daten selbst verweisen auf Daten. Übrigens, wenn ich das in Parenthese sagen darf, der Philosoph, der das vielleicht am radikalsten auf den Begriff gebracht hat, ist Martin Heidegger, der das natürlich in radikal-kulturkritischer Manier formuliert hat, aber der bis zu dem Satz kam, zu sagen, dass in der Moderne die Philosophie durch Kybernetik ersetzt wird. Weil er gesehen hat, dass die Daten vor allem auf etwas verweisen, auf Daten nämlich. Das ist schon ziemlich gut beschrieben. Parenthese wieder geschlossen. Worauf ich mich auch noch beziehe, das ist etwas, das sehr stark diskutiert wird, nämlich die Frage, ja bilden die Daten denn jetzt eigentlich die Welt so ab, wie sie ist? Sie kennen die Diskussionen etwa über Algorithmen, die etwa zur Prognose von Straffälligkeiten im Rechtssystem verwendet werden. Ja, man kann also sozusagen ein Programm damit füttern, mit Informationen über jemanden und kann dann bestimmte Wahrscheinlichkeiten formulieren, ob der wieder straffällig wird oder nicht. Kritisiert werden solche Algorithmen vor allem dafür, dass sie die Strukturen der Gesellschaft, wie wir sie kennen, die durchaus etwas mit sozialer Ungleichheit, mit Genderungleichheit in den USA sehr stark mit Rassenungleichheit und ähnlichem zu tun haben, natürlich in diesen Dingen wieder abbilden, weil das ja genau die Basis für die Berechnung dieser Wahrscheinlichkeiten ist. Also da sieht man, diese Daten sind von dieser Welt, aber sie bilden ab, was sie abbilden. Das ist eine Tautologie. Sie sind nicht objektiv die Welt, sondern sie sind das, wofür sie stehen. Und deshalb spreche ich von der ungenauen Exaktheit der Daten. Ich beziehe mich da auf Edmund Husserl, den Begründer der Phänomenologie, der in seinem berühmten Krisisaufsatz beschrieben hat, dass die Wissenschaften, er meinte damit vor allem die Naturwissenschaften, vergessen haben, wie sie eigentlich ihre Modelle entwickeln. Also Sie kennen das, ja, die Mathematik oder die mathematischen Modelle der Naturwissenschaften tun so, als seien die Modelle das, was da abgebildet wird. Und dann gibt es unglaubliche Genauigkeiten. Wir kennen das auch in der empirischen Sozialforschung. Wir befragen Leute und berechnen bis in die 35. Ich übertreibe jetzt. Nachkommastelle bestimmte Formen von Signifikanzen und Ähnlichem und stellen dann fest, genau sind die Daten innerhalb ihrer selbst, aber was sie abbilden, das ist, wie wir sagen, Kontingent. Ungenau. Und die Selbstreferenz der Datenwelt ist dann eben eine, die die Welt auf eine ganz eigentümliche Weise verdoppelt. Ich benutze dieses merkwürdige Theorem der Verdoppelung der Welt, um ironisch beschreiben zu können, dass diese Verdoppelung der Welt in den Daten, die wir auch bereits in der Sprache und in der Schrift kennen, letztlich das große Problem, das wir aus der Sprachphilosophie kennen, zwischen Signifikant und Signifikat, also der Frage der Differenz von Zeichen und Bezeichnetem erneut abbildet. Die Daten sind technisch zunächst einmal nichts anderes als strukturierte Formen von Spannungsunterschieden. Das gilt für jeden Datensatz. Aber sie stehen für etwas, für das sie nur stehen können, weil sie das, worum es geht, nicht selber tatsächlich eineindeutig repräsentieren können. Auf Deutsch heißt es, ich nehme ein ganz einfaches Beispiel, wir wissen, dass der Begriff Baum kein Baum ist. Aber während wir über den Baum verhandeln, verhandeln wir mit dem Zeichen Baum. Und bei Baum ist es noch relativ einfach, wenn man mit dem Wort Baum zu einem Baum gehen kann. Aber es gibt auch Begriffe, die sozusagen so selbstreferenziell sind, dass es sehr schwer ist, den Referenzgegenstand aufzusuchen. Zum Beispiel Freiheit oder Digitalisierung oder technisches Substrat oder Einfalt oder Vielfalt. Also all die komischen Worte, die hier jetzt gerade an der Wand stehen. Und diese Form der Verdoppelung der Welt ist es letztlich, die dazu führt, dass die Digitalisierung tatsächlich eine Ebene der Repräsentation der Welt produziert, die ein Eigenleben produziert. Ein Eigenleben würde heißen, die Gesellschaft wird im Prinzip so ähnlich, wie sie auch durch die Schrift und durch die Sprache nochmal in einer Version abgebildet wird, heute in den Daten abgebildet. Und interessanterweise muss man ja sagen, dass die Daten selbst nicht die Informationen enthalten, sondern die Informationen enthalten letztlich die Beobachter der Daten, die damit etwas machen. Konkretes Beispiel, Sie können den gleichen Datensatz dazu verwenden, forensische, also Strafverfolgungsfragen zu behandeln, Marketingfragen zu behandeln, medizinische Forschung zu machen oder Zielgruppen zu identifizieren für Ihren nächsten Wahlkampf, bei dem Sie nicht zu viel Geld ausgeben wollen und nur die ansprechen, bei denen Sie aus den Daten rauskriegen können, dass die noch nicht genau wissen, ob sie sie wählen wollen oder nicht, weil die, die genau wissen, dass sie sie nicht wählen, für sie uninteressant sind. Das war etwa eine der Strategien der ersten Obama-Kampagne in den Vereinigten Staaten. Ein weiterer Aspekt des technischen Substrats besteht unter dem, in dem, was ich Optionssteigerungen nenne. Die moderne Gesellschaft ist davon geprägt, dass sie so etwas wie Stopp-Regeln nicht kennt. Ich gehe als Systemtheoretiker von einer funktional differenzierten Gesellschaft aus, in der sich tatsächlich ökonomische, politische, wissenschaftliche, religiöse, rechtliche und so weiter Logiken nicht voneinander entfernen, in dem Sinne, dass sie nichts miteinander zu tun haben, aber nach je eigenen Regeln reproduzieren. Und wir erleben die Krisen der Moderne ja tatsächlich als Krisen von Optionssteigerungen. Sie können das berühmte Problem des Kapitalismus, den Kapitalismus mit ökonomischen Mitteln nicht stoppen. Das geht nicht. Sie können versuchen, das mit politischen Mitteln zu machen. Das ist auch der große Konflikt. Aber mit ökonomischen Mitteln funktioniert das nicht. Es gibt keine Stopp-Regel des Ökonomischen im Ökonomischen, wie es übrigens auch keine Stopp-Regel des Politischen im Politischen gibt. Die Diktaturen des 20. Jahrhunderts sind dafür ein berätes Beispiel. Und auf wissenschaftliche Forschung können sie wissenschaftlich schwer verzichten. Die Diskussion wurde etwa bei der Nukleartechnologie in der Mitte des letzten Jahrhunderts sehr stark diskutiert. Von religiösen Optionssteigerungen haben Sie sicherlich auch schon gehört, die in manchen Regionen der Welt eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Interessanterweise gelten die Optionssteigerungen auch für diese komischen Verdoppelungen der Welt. Die Schrift und die Sprache kann man schriftlich und sprachlich nicht stoppen. Also wir kennen das bei der Frage, dass wir bestimmte Begriffe nicht verwenden sollen. Um das stark zu machen, müssen Sie sie verwenden. Also sag nicht X, müssen Sie paradoxerweise X sagen. Und selbst wenn Sie X indirekt benennen, haben Sie es direkt benannt. Ich nehme das nur als Beispiele dafür, um klar zu machen, die Datenwelt kennt keine in den Daten selbst verortete Form der Stopp-Regel. Und das ist ja gerade das Geheimnis dieser Daten, dass sie aufgrund ihrer banalen Struktur für alles verwendet werden kann. Deshalb sind Formen der Vernetzung, der Kompatibilität und Konnektivität das, was die digitale Gesellschaft heute ausmacht. Die unterschiedlichsten Bereiche der Gesellschaft werden konnektiv miteinander verbunden. Daten werden für etwas verwendet, wofür sie nicht erhoben worden sind. Datensätze aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft werden wechselseitig füreinander konnektiv. Wenn es um Beispiele geht, können wir das vielleicht in der Diskussion noch machen. So, jetzt muss ich natürlich auch noch etwas über die Digitalität der Gesellschaft sagen. Die Digitalität der Gesellschaft, behaupte ich ja, ist das Bezugsproblem der Digitalisierung. Das hört sich tautologisch an und Sie können vielleicht auch sagen, worauf sollen Soziologe sonst kommen als darauf? Und meine Antwort ist, naja, genau darauf. Weil er sie ja beschreiben will, die Digitalität der Gesellschaft. Es geht um die analoge Unsichtbarkeit dieser Gesellschaft. Darauf habe ich schon hingewiesen. Traditionale Gesellschaften haben sich eigentlich immer analog auf die Routinen verlassen können, die immer schon galten. Heute stellen wir fest, dass jede Lösung ein neues Problem produziert. Jede. Und dann haben sie diese Problemlösungsrelation immer wieder neu. Habe ich alles schon gesagt. Interessant, also finde ich jetzt interessant, hoffentlich Sie auch, ist die Formulierung einer dritten Entdeckung der Gesellschaft. Wann entdecken wir eigentlich die Gesellschaft? Das geht stark in die Geschichte meines Faches hinein. Wir entdecken Gesellschaft immer dann, wenn wir so eine Mischung aus Gestaltbarkeit und der merkwürdig demütigen Erfahrung registrieren müssen, dass die Gesellschaft offenbar mächtiger ist als der Wille der Einzelnen. Ich datiere die erste Entdeckung der Gesellschaft auf den Anfang des 19. Jahrhunderts nach der französischen Revolution. In Frankreich übrigens interessanterweise auch von den oder eher sogar von den rechten Autoren, Joseph de Maestre zum Beispiel. Das sind Leute, die die Gesellschaft entdeckt haben als eine eigenwillige Struktur. Die zweite Entdeckung der Gesellschaft wäre vielleicht diejenige in den 1960er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also das sind nicht nur die 68er-Bewegung, sondern die Idee sozusagen Sozialplanung stark zu machen, sozialen Aufstieg zu ermöglichen, sich für soziale Ungleichheit zu interessieren, die soziale Herkunft gesellschaftlicher Probleme zu diskutieren, die Gleichheit der Menschen prinzipieller Natur und ihre Ungleichheit auf die Gesellschaft zurückzuführen und so weiter. Das kennen Sie alles. Die dritte Entdeckung der Gesellschaft sehe ich in der heutigen Digitaltechnik. Historisch könnten Sie jetzt mir vorwerfen und sagen, wenn ich vorher behauptet habe, dass sie so früh angefangen hat, dann stimmt das ja nicht. Stimmt aber trotzdem, weil das natürlich sozusagen der Hinweis darauf ist, dass diese dritte Entdeckung ja nichts Neues entdeckt, sondern etwas, das wir schon länger kennen, nämlich die interessante Sozialstruktur, die uns dazu bringt, zu tun, was wir tun und zu wollen, was wir sollen. Das ist die alte Formel aus der bürgerlichen Gesellschaft. Die dritte Entdeckung der Gesellschaft durch die Digitaltechnik ist die, dass die Digitaltechnik trotz aller Disruptionsdiagnosen letztlich davon lebt, dass die Gesellschaft selbst ein Trägheitsmoment hat. Für mich ist am eindrücklichsten, wie man aus wenigen Informationen viele Schlüsse ziehen kann. Sie können mit relativ wenig Informationen über bestimmte Gruppen, über bestimmte Individuen, über bestimmte Formen sehr viel Wissen durch Rekombination von Elementen abrufen. Oder wir können ein Wissen generieren aus Datensätzen über das künftige Verhalten von Menschen. Wir können, wenn wir Marketing machen wollen, aus den Daten Kaufentscheidungen herauslesen, die diejenigen, die das tun, noch nicht kennen. Und Sie werden sagen, das könnte man jetzt feiern, man kann es auch kritisieren. Interessant ist daran, dass sozusagen diese dritte Entdeckung der Gesellschaft ganz neue Steuerungs- und Kontrollformen produziert. Dirk Becker, der hier ja auch schon gesprochen hat, hat die wunderbare Unterscheidung von Kritiküberschuss der alten Buchwelt und Kontrollüberschuss dieser Datenwelt formuliert. Die Musterhaftigkeit der Gesellschaft ist also das Material der Digitalisierung. Und ihr Schlüssel ist ihre Technizität. Und deshalb muss ich auch über Technik reden. Wovon unterscheiden wir Technik? Wir unterscheiden Technik gerne von Humanität. Sie kennen den Diskurs, ne? Das ist ja nur Technik und nichts Menschliches. Das ist schon deshalb Unsinn, weil es auch menschliche Techniken gibt. Wenn Sie zum Beispiel, weiß ich, ob Sie tanzen können, also ich kann es nicht so doll, aber wenn Sie tanzen, dann brauchen Sie Techniken. Oder wenn Sie Sport machen, brauchen Sie Techniken. Wodurch zeigt sich das aus? Dass Sie in dem Moment, in dem Sie das machen, nicht darüber nachdenken müssen. Also wenn Sie, was weiß ich, was nehmen wir für einen Sport, wenn Sie Fußball spielen und darüber nachdenken müssen, wie man den Ball trifft, werden Sie ihn garantiert nicht treffen. Erst wenn Sie Ihr Verhalten technisiert haben, werden Sie den Ball treffen. Dann kann man Technik von Kultur unterscheiden. Das ist auch irgendwie komisch, weil Technik ja selbst eine kulturelle Erscheinung ist. Das muss man, glaube ich, nicht weiter erklären. Es gibt kulturabhängige Formen dessen, welche Technik eigentlich plausibel ist und welche nicht. Also gucken wir genauer hin, was Technik eigentlich im Alltag macht. Und dann wird man feststellen, Technik, das ist geklaut von Niklas Luhmann, verzichtet auf Konsenszwänge, wenn sie funktioniert. Und das kann man übrigens besonders dort erkennen, wo wir es mit technisierten Sozialtechniken zu tun haben. Also jetzt denken Sie mal gar nicht an Apparate, sondern denken Sie an technisierte Kommunikation. Sie gehen an einen Schalterweg. Wir gehen heute nicht mehr an einen Schalter. Ich weiß schon, aber die Älteren unter uns kennen das noch. Sie gehen am Bahnhof an einen Schalter und sagen, ich möchte gerne eine Zugkarte nach Stuttgart haben. Und dann ist es relativ wahrscheinlich, dass der Mensch, der dann hinter dem Schalter sitzt, nicht sagt, ist es eigentlich heilsrelevant für Sie? Oder wie erwarten Sie, dass Schalke nach der Niederlage gegen den FC Bayern letzte Woche wohl abschneiden wird? Was eine ziemlich relevante Frage für mich ist? Und so weiter und so weiter. Sondern er wird oder Sie ganz eindeutig ganz bestimmte Dinge sagen. Nehmen Sie doch das Sparticket, das kostet... Oder wollen Sie nicht den Zug nehmen? Oder das kostet 19,95 Euro. Na, als es noch 19 kostete, war das noch Mark. Aber ist egal. Also sozusagen die spannende Frage ist gewissermaßen, dass wir ja auch im Alltag viele technisierte Kommunikationen haben und die verzichten auf Konsens zu hängen. In solch einer Situation muss ich nicht dem Schaltermenschen sagen, du Schaltermensch, ich bin eigentlich ein total netter Kerl. Ich fände es total dufte, wenn du mir jetzt so ein Ticket verkaufen würdest. Das würde man nicht machen, da würde man sich lächerlich machen, sondern das sind technisierte Kommunikationen. Ich nehme das Beispiel nur dafür, um zu zeigen, was Technik eigentlich bedeutet. Technik bedeutet, dass wir etwas bewirken und die Bewirkung selber keinen Konsens braucht, sondern durch das Funktionieren selber funktioniert. Das heißt übrigens auch, dass wir Techniken verwenden können, die wir selber nicht durchblicken. Technik ist fast immer Blackbox. Ja, also ich mache es an nicht-digitalen Beispielen fest. Ein Automobil kann jeder Depp fahren, ohne zu wissen, wie ein Automobil funktioniert. Fast niemand weiß, was passiert, wenn man aufs Gaspedal drückt. Also was wirklich passiert, das fährt dann irgendwie los, wenn man vorher einen Gang reingemacht hat und so. Aber was das heißt, ist eigentlich egal. Und das Spannende ist sozusagen, dass Technik eine Simplifikation durch Ersetzung von loser Kopplung der Elemente durch strikte Kopplung ist. Also lose Kopplung der Elemente heißt, ich frage meinen Mitmenschen, du, gehen wir heute Abend was essen oder ins Kino? Und dann hat der Ja-Nein-Stellungnahmen, die er machen kann. Mit dir gehe ich doch nicht ins Kino. Die Technik kann das nicht. Die ist strikt gekoppelt. Wenn sie funktioniert, dann tut sie, was sie soll. Wenn sie nicht funktioniert, ist sie kaputt. Und die Simplifizierung durch Technik ermöglicht dann erst den Aufbau einer besonders hohen Form von Komplexität. Und das ist das Gleiche, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, mit der einfachen Form, Entschuldigung, dem einfachen Medium, dem einfältigen Medium des Digitalen, das komplexe Formen hervorbringt. Dagegen könnte man sagen, dass der Funktionsbegriff hier zu freundlich, zu positiv formuliert ist. Funktionieren heißt nicht, dass das gut funktioniert, sondern funktioniert heißt, dass es anschlussfähig wird in bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhängen. Das Tolle ist, wir schimpfen alle über bestimmte Techniken, während wir sie verwenden. Und das Spannende ist eigentlich gerade an den Digitaltechniken, dass sie eigentlich sehr kompliziert ist, was ihre Form angeht, dass aber die Anwendung immer einfacher wird. Ich bin hinreichend alt, noch MS-DOS zu kennen, wo man Befehlsketten eingeben musste, damit etwas passiert. Auch das war ja nur Blackbox, dahinter passierte was ganz anderes. Aber sozusagen massentauglich wurde das Zeug eigentlich erst, wenn man auf irgendwelche Symbole klicken konnte. Was funktioniert? Das funktioniert. Was nicht funktioniert? Funktioniert nicht. Und wenn es funktioniert, dann wird es sich durchsetzen. Deshalb ist das Ganze Funktionieren eine Form der Niedrigschwelligkeit. Ich unterscheide, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, erlebende und handelnde Technik. Alles, was ich bis jetzt beschrieben habe, ist erlebende Technik. Das ist eine Technik, die Daten und Medien benutzt, um damit etwas zu machen. Die wirklich spannenden, schwierigen Fragen sind dort, wo diese Technik selbst Entscheidungen trifft. Also etwa selber Datensätze produziert. Selbstfahrende Automobile können nicht auf Datensätze zurückgreifen, sondern sie müssen selbst mit Hilfe von Sensoren, Kameras und so weiter entscheiden, welche Reize von außen zu einer Information innen werden. Und dann stellt sich die Frage, ob das noch so eine Technik ist, die in dieser Weise funktioniert. Wenn ich Zeit hätte, würde ich Ihnen etwas über die mathematischen Hintergründe dieses Problems sagen, den Gödel'schen Unvollständigkeitssatz zum Beispiel oder das Problem der Paradoxie des Anfangs. Da ich nicht genug Zeit habe, werde ich das abkürzen in der Form, dass ich versuche zu zeigen, dass die abduktiven Maschinen, wie ich sie nenne, eben nicht deduktiv aus einem Fundus sich bedienen können, sondern jetzt gewissermaßen, man könnte fast sagen, so wie wir auch mit der Paradoxie des Anfangs beginnen müssen. Die Paradoxie des Anfangs, man kann aus der Digitaltechnik viel über den Menschen selbst lernen. Die Paradoxie des Anfangs ist der Generator von Fehlern. Sie kennen den schönen Satz, das ist menschlich. Heißt, der Fehler ist verzeihlich. Also wir bauen Unfälle und das ist sozusagen das Menschliche am Unfall ist, dass wir ihn aufgrund unserer eigenen Wahrnehmungsschwäche nicht verhindern konnten. Einer Technik würden wir das eigentlich nicht durchgehen lassen. Deshalb diskutiert man in der Ethik so spannende Fragen wie, soll eigentlich ein selbstfahrendes Auto eher ein Kind oder eher ein Rentner totfahren? Volkswirtschaftlich müsste man den Rentner wählen. CIA- falchanz contributors CIA- falchanz CIA EN� K ICY- CIA- CIA- CIA-